Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Genius lahmgelegt. Cyberkriminelle attackieren Wissenschaftsdatenbank. Angriff auf Wissenschaftsdatenbank. Genius wird durch Cyberkriminelle außer Gefecht gesetzt. In einer beispiellosen Aktion haben Cyberkriminelle die renommierte Wissenschaftsdatenbank Genius stillgelegt. Dieser massive Angriff hat weitreichende Folgen, sowohl für die Wissenschaftsgemeinde als auch für die breite Öffentlichkeit, die auf die Ressourcen von Genius angewiesen ist. Genius, ein renommierter Anbieter von Wirtschaftsinformationen, Nachrichten und Fachzeitschriften, wurde Opfer einer ausgedehnten und hochgezielten Cyberattacke. Dies berichtete das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Der Vorfall hat dazu geführt, dass der Zugang zu wichtigen Wissenschaftsdaten vorübergehend blockiert wurde und die Vorgänge rund um die Pflege und Aktualisierung der Datenbank zurzeit eingestellt sind. Quelle, Pressemitteilung von Genius. Schwere Cyberattacke legt Datenbank lahm. Die Hacker, die noch nicht identifiziert werden konnten, haben über eine noch unbestimmte Methode den Zugriff auf die Server von Genius gewonnen und diese in Mitleidenschaft gezogen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Auswirkungen zu minimieren und die Kontrolle über unsere Systeme zurückzugewinnen, erklärte ein Sprecher von Genius. Quelle, Statement von Genius Sprecher. Auswirkungen beginnende Verbrechung der Datenbank von Genius wirft schwere Fragen auf. Wissenschaftler, Studenten und andere Nutzer sind auf die Ressourcen dieser Datenbank angewiesen, um ihre Forschung und Studien voranzubringen. Bereits jetzt machen sich die Auswirkungen bemerkbar, da viele Nutzer nicht auf benötigte Informationen zugreifen können. Quelle, Umfrage in der Wissenschaftsgemeinde. Zukünftige Vorkehrungen. Ein weiterer zentraler Aspekt dieses Vorfalls ist die Zukunft der Online-Sicherheit von Wissenschaftsdatenbanken. Wir müssen aus solchen Vorfällen lernen und unsere Sicherheitsmaßnahmen verstärken, um solche Brüche in der Zukunft zu vermeiden, betonte der Genius Sprecher. Experten glauben, dass dies ein Weckruf für andere Datenbanken und Online-Resourcen sein könnte, ihre Sicherheitsprotokolle zu überprüfen und zu aktualisieren. Quelle, Ende des Berichts. Anita Farke, 9. April, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.